Papapapapa 2 Wo ist er? Klopf, klopf Wer ist da? Einmal die Polizei Ähm, was macht ihr hier? Hauskontrolle Bei uns ist eine Bank Hier Bank eingebrochen Ein Typ Tür, Kopf und einfach Recherkleidung Warte, dein Sohn hatte doch Mein Sohn hat dieselbe Klamotten aber Der ist grad weg Aber er ist Der war dann nicht kurz weg Und hat gesagt Konsulpaty Hat hier Konsulpaty Ja Dein Sohn hatte Hier Verbrecherklamotten aber Mit Der kommt Der kommt Tschüss Voll cool Was war das alles? Ja, dein... Mein Sohn war das nicht Ja, das ist das auch, sorry Ich bin der Verbrecher Nicht der Sohn Ich Der 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 Clown Ich mein Charlie Evil Nicht du Du bist der Erzfeind Von Start Nummer 1 Pa 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 2 Gibt's nur Und Die Geschichte Endet Eigentlich war hier Der Klon War die Hero Geburt ausgeruht Lieber wusste das Und Ciao Leute Ende